Mein Favorit für den Golden Windbeutel ist die Escoffier Duet Champinger- und Cremesuppe. Die so tut, als wäre sie kochen, aber in Wahrheit ist sie auch nur eine andere Industrienahrung. Übrigens wird sie empfohlen von Alfons Schubeck, dem bekannten und beliebten Spitzenkoch, der seinem Namen damit keine große Ehre macht. Viel Spaß damit!